Alles war voller Füchse, der ganze beschissene Wald. Sie schlichen draußen umher, fauchten und scharrten an der Tür der alten Hütte, unter deren hölzernem Boden sich Werner Eichmann verkrochen hatte, auch wenn er sie nicht sehen konnte. Er wusste, sie lauerten dort in der Dunkelheit, um ihm den Garaus zu machen, ihm, dem letzten Überlebenden seines Zuges, der dahingeschlachtet worden war von diesen teuflischen, wieder natürlichen Füchsen. Einen nach dem anderen haben sie aufgeschlitzt, gehäutet, die Gedärme auf dem Boden verteilt und dabei gelacht, als ob das alles nur irgendein harmloses Kinderspiel wäre. Der Gedanke an die verstümmelten Körper seiner Kameraden und den abgetrennten Kopf des Hauptmanns ließ Werners Magen rebellieren und er versuchte, den Wirkreflex unter Kontrolle zu halten. Wären sie doch nur nie in diesen verfluchten Wald gegangen! Der hagere, blondhaarige Wehrmachtssoldat versuchte, sich zu beruhigen und an etwas anderes zu denken. Jedenfalls nicht an Füchse, nicht an den Krieg und nicht an diesen gnadenlosen ukrainischen Winter. Denk an was Schönes, Werner, wiederholte er gebetsmühlenartig zu sich selbst. Denk einfach an was Schönes! Vielleicht an den letzten gemeinsamen Sommer mit seiner Frau und den Kindern, den Sommer von 1939, damals als die Welt noch in Ordnung war, damals als sie noch die Kontrolle hatten. Werner hatte die Augen geschlossen und versuchte sich vorzustellen, wie Hilde und Emil auf der Schaukel saßen und ihn anlächelten. Doch alles, was sich in der inneren Finsternis vor seinem Blickfeld formte, waren Füchse! Füchse wie den, den er mit drei seiner Kameraden neulich im zugeschneiten Wald beobachtet hatte. Es war kurz vor Weihnachten. Der gesamte Trupp hatte ein paar Stunden frei bekommen, bis weitere Befehle eintrafen. Und so vertrieben sie sich nun die Zeit mit der Jagd. Es war ein schönes, majestätisches Tier, das Werner an jenem Morgen durch das Fadenkreuz seines Scharfschützengewehrs erspäht hatte. Ein großer Fuchs mit glänzend, rotbraunem Fell und wachend aufmerksamen Augen. Eigentlich wollte ihn Werner gar nicht schießen. Aber so waren nun mal die Regeln. Wer am meisten Abschüsse hatte, würde das Spiel gewinnen. Und es ging um eine Menge Zigaretten. Davon abgesehen, hatten sie dieses Jahr an der Ostfront schon weiß-gott-verachtenswürdigeres getan, als auf Fuchsjagd zu gehen. Also warum nicht? Und so drückte Werner schließlich den Abzug. Doch im letzten Moment scheute der Fuchs und machte eine Kehrtwende, sodass Werner nicht wie anvisiert seinen Kopf traf, sondern ihm lediglich einen Treffer am Hinterlauf verpasste. Der zählt nicht, grinste Friedrich Lutz, sein bester Kamerad hier an der Front, der es kaum erwarten konnte, endlich den verabredeten Gewinn einzustreichen. Aber Werner war kein Kind von Traurigkeit und wollte sich nicht so einfach geschlagen geben. Wart's nur ab, den krieg ich noch, konterte er trotzig. Und so machten sie sich auf den Weg, um der blutverschmierten Fährte des angeschossenen Tieres zu folgen. Tiefer, immer tiefer in den zugeschneiten Wald hinein. Einen halben Kilometer später waren sie schließlich am Ziel. Dort, in einer schneebedeckten Lichtung, lag auf dem weißen Boden das verendete Tier. Doch irgendetwas war nicht so, wie es sein sollte. Der tote Fuchs hatte eine blau schimmernde Blume im Fell zwischen den Ohren stecken, die jemand wie zu einem Begräbnis festlich darauf platziert haben musste. Und vor dem Kadaver war mit dem Blut des Tieres das Wort Mörder in den Schnee gepinselt worden. Wobei, eigentlich stand da Mörder. Die Striche des Ös schienen zu fehlen, aber es war auch so jedermann klar, was gemeint war. Werner und Friedrich blickten sich entgeistert an. Was zur Hölle, murmelte Friedrich, und auch Hans und Richard, die wenig später neugierig zu ihnen dazustießen, konnten sich auf das Ganze keinen Reim machen. Das ist kein Zufall, da steht definitiv Mörder, kommentierte Hans, während er seine Waffe entsicherte und nervös, auf die sie umgebenden Bäume zielte. Besser, wir ziehen uns zurück. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Wald, antwortete Richard, der schon immer der Abergläubischste in ihrer Truppe gewesen war, mit einem unguten Gefühl im Bauch. Wisst ihr noch, was der verrückte Alte im Dorf gesagt hat? Der Wald gehört den Füchsen, hat er gesagt. Und dass sie jeden grausam bestrafen werden, der ohne ihre Erlaubnis einen Fuß hineinsetzt. Der Wald gehört uns, Kameraden, stellte Friedrich ein für allemal klar, dem das Geschwätz der Einheimischen schon lange auf den Senkel ging. Jedenfalls solange wir hier sind. Lasst euch doch nicht mürbe machen, Jungs, es gibt keine Fuchsmenschen, keine Geister und keine... Doch weiter kam er nicht, denn auch im selben Moment zischte ein hölzerner Pfeil durch die kalte Luft und bohrte sich mit einem unappetitlichen Geräusch direkt in Friedrichs Hals. Er war der Erste an jenem gnadenlosen Morgen, der mit einem lauten Röcheln zu Boden sank und vor Werners entsetzten Augen sein Leben aushauchte. Rückzug, rückzug, brüllte Hans, das sind Partisanen! Er feuerte mehrere Schüsse in Richtung der eisbedeckten Bäume ab, aus denen der Pfeil vermutlich abgeschossen worden war. Doch es war nichts zu sehen, keine Bewegung, keine Menschenseele, nur zerfetzte Äste und Massen von Schnee, die von den Einschüssen aufgewirbelt durch die Luft geschleudert wurden. Auch Werner feuerte blind mehrere Salwen ab, dann nahm er hastig die Erkennungsmarke seines gefallenen Kameradens an sich, wie man es ihnen beigebracht hatte, und rannte gemeinsam mit den beiden anderen zurück in Richtung Lager. »Wie, wie haben die das gemacht?« keuchte Richard atemlos, während sie sich durch immer tiefer werdende Schneeverwehungen vorankämpften. »Ich habe, ich habe nichts sehen können und nichts gehört, nicht mal das kleinste Geräusch!« »Keine Ahnung«, erwiderte Hans, der sich erschöpft an den Stamm einer alten, knorrigen Buche lehnte. »Aber wir werden es diesen Arschlöchern zeigen! Wart's nur ab! Wir werden diesen verdammten Wald niederbrennen!« Plötzlich schnallte aus dem Baum eine rostige Klinge hervor und bohrte sich direkt in Hans' Unterleib. Entsetzt fasste er sich an die klaffende Wunde und schaute auf die schneebedeckte, kindlich wirkende Gestalt, die ihm direkt gegenüber stand, perfekt verschmolzen mit ihrer winterlichen Umgebung, als ob sie und der Wald aus ein und demselben Material bestünden. Werner wollte noch auf sie schießen, doch da war sie auch schon wieder mit einem geisterhaften, unheimlichen Kichern hinter dem Dickicht weißer Zweige verschwunden. »Hans, Hans, ist alles in Ordnung?« fragte Richard besorgt und bückte sich, um nach der Wunde seines verletzten Kameraden zu sehen. Doch da lag dieser bereits zitternd im Schnee und betrachtete apathisch die aus seinem Unterleib quillenden Eingeweide. Sie versuchten noch, Hans auf die Schulter zu nehmen und mit sich zu schleppen, aber mussten sich schon nach wenigen Metern eingestehen, dass es vergebliche Mühe war, da von ihrem Kameraden keinerlei Lebenszeichen mehr ausgingen. »Lass ihn«, mahnte Werner und legte seinem verängstigten Mitstreiter trösten die Hand auf den Arm. »Der ist hinüber.« Werner nahm zitternd auch die zweite Erkennungsmarke an sich. Dann rannten sie weiter, immer weiter durch den Wald, bis sie endlich das rettende Lager erreichten, wo sie hofften, den Rest ihres Zuges vorzufinden und diese hinterhältigen Partisanen Schweine für alles büßen zu lassen. Doch das einst so aufgeräumte Lager klich einem blutigen Schlachtfeld. Die Leiber der Soldaten hingen kopfüber von ihren Fahrzeugen, lagen zerstückelt über den Boden verteilt oder waren an bäumigen Nagel und ausgeweidet worden. Und in dem Topf, in dem vor wenigen Stunden noch Gulaschsuppe zubereitet worden war, schwamm der abgetrennte Kopf ihres Hauptmanns noch immer wie im Moment seines Todes mit weit aufgerissenen, hervorquellenden Augen, die sich durch die Hitze der Suppe allmählich aus ihren Augenhöhlen zu lösen begannen. Bei diesem Anblick musste sich Werner das erste Mal übergeben. Richard hielt unterdessen schützend sein Gewehr vor sich, nicht wie ein kampfbereiter deutscher Elite-Soldat, sondern eher wie jemand, der sich mit einem Kruzifix vor herannahenden Vampiren zu schützen versuchte. Das sind keine Menschen, stammelte er panisch. Das sind Geister. Der Alte aus dem Dorf hatte Recht. Wir hätten diesen verfluchten Wald nie betreten dürfen. Werner versuchte sich langsam wieder zu berappeln und einen klaren Kopf zu bekommen und ging vorsichtig um das Zelt des Kommandanten herum, um ihre Ausrüstung zu inspizieren. Da sah er sie, keine 50 Meter entfernt. Zwei schmächtige, dünne Gestalten, nicht viel größer als ein Kind. Sie waren in Felle gekleidet, hatten rotbraune Fuchsmasken über ihre Köpfe gestülpt und waren gerade damit beschäftigt, die Leiche eines Wehrmachtsangehörigen zu plündern. Als sie bemerkten, wie Werner um die Ecke bog, fauchten sie irgendetwas Krächzendes, nicht menschlich klingendes in seine Richtung und verschwanden dann in Windeseile hinter den nächsten Büschen, dermaßen schnell, dass Werner gar nicht mehr dazukam, sein Gewehr hochzuziehen und auf sie zu feuern. Wir müssen hier weg, Richard. Das sind überall Fuchsmenschen, murmelte er leise und drehte sich zu seinem Kameraden um, den er noch immer hinter sich wehnte. Doch von Richard war weit und breit nichts mehr zu sehen. Richard? Richard? Werner wischte sich den angesammelten Schweiß von der Stirn und stolperte rückwärts, immer schussbereit das Gewehr vor sich hinhaltend und in alle möglichen Richtungen zielend. Richard? Komm schon, lass mich jetzt nicht allein, hörst du? Doch statt einer Antwort vernahm Werner nur ein gurgelndes Geräusch, das von der anderen Seite des Zeltes zu kommen schien. So schnell er konnte, hastete er zurück, nur um seinen langjährigen Kameraden zu entdecken, wie er mit Stacheldraht um den Hals und weit ausgestreckter Zunge von einem der umgebenden Bäume hing. Dazu hörte er schallendes Gelächter, wie von einer Gruppe spielender Kinder, das von überall gleichzeitig zu kommen schien. Jetzt gab es für Werner kein Halten mehr. Er schleuderte sein Gewehr von sich weg, wohl ahnend, dass es ihn gegen die hier im Wald hausenden dunklen Mächte nicht das Geringste nützen würde. Dann rannte er so schnell er konnte davon, Kilometer um Kilometer durch den winterlichen Wald und versuchte, die zahlreichen vogelscheuchenartigen Gebilde am Wegesrand zu ignorieren, die scheinbar aus Knochen kleiner Tiere und Kleiderresten von Soldaten angefertigt worden waren. Ebenso wie die von manchen Bäumen hängenden abgenagten Überreste von verrotteten menschlichen Leibern, denen nicht mehr anzusehen war, ob es sich dabei um Angehörige der Wehrmacht, Sowjets oder Zivilisten handelte. Einfach noch ein paar Kilometer durchhalten, sagte sich Werner, dann bist du aus diesem Scheißwald draußen. Nur noch ein paar Kilometer. Und so lief er immer weiter, bis er schließlich völlig entkräftet zu dieser eingeschneiden, verlassen wirkenden Hütte mitten im Nirgendwo kam. Dort, unter deren hölzernem Bretterboden, hatte er sich leise hinuntergezwängt, immer darauf achtend keine Spuren zu hinterlassen. Und so lag er nun schon seit Stunden eingemümmelt in seinen wärmenden Wintermantel und versuchte, nicht an Füchse zu denken. Vielleicht, so hoffte er, würden sie die Verfolgung irgendwann aufgeben, zumal es zwischenzeitlich wieder heftig zu schneien begonnen hatte, sodass sich Werner ziemlich sicher war, dass mittlerweile kein Mensch und kein Tier mehr seinen Spuren zu folgen vermochte. Und irgendwann würde Verstärkung eintreffen. Man würde erfahren, was mit seiner Kompanie geschehen war und einen Suchtrupp losschicken, der den ganzen Wald auf den Kopf stellen würde. Was heißt auf den Kopf stellen? Abfackeln würden sie ihn und mit dem Wald alles an lebenden Tieren, Menschen und sonstigen Geschöpfen, was sich noch darin aufhielt. Es war vermutlich nur eine Frage der Zeit. Ein fauchendes Geräusch von draußen ließ Werner schreckhaft zusammenzucken. Dann hörte er Schritte. Schritte im Schnee, die immer näher zu kommen schienen und nichts Gutes verhießen. Und schließlich das Knarzen einer Tür. Wer immer da gekommen war, musste sich nun direkt über ihm in der Hütte befinden. Werner hielt den Atem an. Jetzt bloß kein Geräusch machen. Minutenlang herrschte eine toten Stille in dem Raum. Nur das leise Heulen des Windes, das durch die losen Bretterpfiff war zu hören, sodass Werner schon hoffte, dass wer oder was auch immer da in diese Hütte gegangen war, inzwischen vielleicht schlafen würde oder unbemerkt wieder hinausgegangen war. Doch dann klopfte er auf einmal eine zarte Hand an die Holzdiele, die sich direkt überhalb seines Kopfes befand. Und eine jugendlich wirkende Stimme sprach zu ihm in gebrochenem Deutsch. Du bist Überlebenskünstler, weißt du? Bist der Letzte, der noch übrig? Werner hielt sich die Hand vor den Mund, damit niemand seinen aufgeregten Atem hören konnte. Am liebsten hätte er sich auch noch die Hände vor das Herz gehalten, denn es pochte so laut, dass Werner befürchtete, sein Herzschlag wäre noch auf mehrere Meter Entfernung wahrzunehmen. »Bist nicht der Gesprächige, was?« fuhr die Stimme in einem lockeren Tonfall fort. »War nicht leicht, dich finden hier, weißt du? Meine Freunde und ich haben Spiel. Spiel darum, wer die meisten von euch abschlachtet. Gewinner bekommt Zigaretten, viele Zigaretten.« Diesen Worten zog der unheimliche Kerl ein Messer aus seiner Tasche und kratzte damit verspielt über die hölzernen Balken. Dann grinste er. »Ich mal wieder verloren.« »Bin schon drei Deutsche hinten. Und da bist nur noch du.« »Kann ich mehr aufholen.« »Ich...« Er wollte noch irgendetwas hinzufügen, stockte aber, als er von draußen einen strengen Ruf vernahm. »Bist du endlich fertig,« herrschte eine Stimme aus der verschneiten Waldlichtung. Nicht in gebrochenem Deutsch, sondern gehoben und ausdrucksstark wie die Stimme eines stolzen deutschen Offiziers. »Ich muss gehen,« flüsterte der junge Typ zudem immer noch ängstlich unter der Hütte kauernden Werner. »War eine gute Jagd, nicht wahr?« Dann hörte Werner über sich die Türe zuschlagen. »Hallo, Janosch,« sagte der Junge zu dem Älteren, der neu dazugekommen war. »Bin fertig. Einer ist noch in Hütte, hat sich verkrochen. Soll ich ausräuchern?« »Nicht nötig,« antwortete der andere Kerl mit dem guten Deutsch. »Ihr habt heute eine ordentliche Arbeit abgeliefert, Jungs. Den Rest mache ich selbst. Geh zu deinen Freunden und dann macht euch aus dem fetten Hauptmann eine gute Suppe. Ist das Beste bei der Kälte.« »Ja,« erwiderte der Junge und spuckte frustriert auf den Boden. »Bin schon weg. Hab eh verloren.« Werner konnte es nicht fassen. Die Kerle schienen genau zu wissen, wo er sich befand. Er hatte seine Pistole aus dem Halfter genommen und überlegte einen Moment, was er jetzt tun sollte. Vielleicht hinausstürmen und es darauf ankommen lassen? Oder warten in der Hoffnung, dass irgendein Wunder geschah und seine Verfolger noch einmal von ihm abließen? Vielleicht. Vielleicht wäre es auch das Beste, die Waffe gegen sich selbst zu richten. Alles war besser, als von diesen Monstern in Fuchskostümen zur Suppe verarbeitet zu werden. Nein, so wollte er nicht enden. Und so zählte Werner die ihm noch verbliebene Munition und lud seine Pistole durch. Doch gerade, als er sie sich selbst an die Schläfe setzen wollte, bohrte sich die scharfe Klinge eines Wehrmacht-Dolches durch die Bretter über ihm und eine gnadenlose Stimme rief triumphierend. »Gewonnen!« Werner spürte einen stechenden Schmerz in seinem Kopf und das Blut schien ihm aus sämtlichen Körperöffnungen zu laufen. Dann wurde es dunkel um ihn herum und seine Seele versankt in ewiger Finsternis. Kapitel 1 Fremd Gut 75 Jahre später nahm in einem weitaus harmloseren Wald im Herzen von Baden-Württemberg ein Drama seinen Anfang, dessen Protagonisten von gänzlich anderen Sorgen und Nöten umgetrieben wurden und das dennoch untrennbar mit der blutigen Geschichte des ukrainischen Geisterwaldes und seiner unheimlichen Bewohner verbunden war. Mühsam setzte Leonie einen Fuß vor den anderen. Sie verfluchte diesen verfickten Wald, ihren beschissenen Erzeuger und überhaupt so ziemlich alles in ihrem erbärmlichen Dasein. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, irgendwo in einer anderen zivilisierten Stadt neu anzufangen, irgendwo, wo die Nächte hell und die Wege kurz waren. Aber nein, ihr Vater musste ja ausgerechnet nach Kalbsbach ziehen, in die tiefste schwäbische Provinz, in der pünktlich um 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt wurden und noch weit vor 22 Uhr auch der letzte Bus seinen Betrieb einstellte. Und so kam es, dass Leonie nun schon seit knapp zwei Stunden auf einer nur notdürftig asphaltierten Straße durch den nächtlichen, nebelverhangenen Wald irrte. Nicht, dass sie sich davor gefürchtet hätte, hier draußen von irgendeinem geistig zurückgebliebenen Holzfäller vergewaltigt zu werden. Für so attraktiv hielt sie sich längst nicht, als dass sie ernsthaft daran geglaubt hätte, bei irgendeinem männlichen Wesen allein durch ihr unmotiviertes Vorüberschlurfen das Verlangen nach Sex auslösen zu können. Ihr taten einfach nur die Füße weh. Ihre Sneakers waren für die Stadt ausgelegt, für kurze Strecken, Bahnfahrten, Rolltreppen und dergleichen. Eben für das, was man üblicherweise als Zivilisation zu bezeichnen pflegte. Und nicht für diese menschenverachtende Wildnis- und Schlaglöcher bewährten Behelfsstraßen, die ständig auf- und abgingen, als ob sie von einem besoffenen Waldschrat konstruiert worden waren. Auch mit der Beschilderung schien man es in dieser Gegend nicht ganz so genau zu nehmen. Vor gefühlten 20 Kilometern hatte Leonie noch einen Wegweiser gesehen, der ihr glaubhaft versicherte, dass es nur noch anderthalb Kilometer bis zu ihrem neuen Zuhause sein würden. Nun stand sie plötzlich vor einem rostigen, mit Einschusslöchern verzierten Hinweisschild, auf dem weder dieses verfluchte Kaff Kalbsbach Erwähnung fand, in dem sie von ihrem Vater wahrscheinlich schon ungeduldig erwartet wurde, noch irgendein anderer ihr bekannter Ort, an dem sich Leonie irgendwie hätte orientieren können. Stattdessen stand da nur Böcklesmühle 2 Kilometer, Heinzlesmühle 3,5 Kilometer und Asylschmarotzer abschieben Deutschland den Deutschen auf einem schon ziemlich zerfletterten NPD-Aufkleber, den wohl irgendwann einmal ein engagierter Jungnazi frontal auf das Schild geklebt hatte, um hier draußen in der Mitte vom Nirgendwo seiner politischen Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Während sie unentschlossen in Richtung Böcklesmühle weiter marschierte, fragte sich Leonie, wieso die Menschen gerade dort am ausländerfeindlichsten waren, wo es augenscheinlich die wenigsten Probleme mit Ausländern gab. Dort, wo sie herkam, an ihrer alten Schule in Gelsenkirchen, hätte sie es ja noch eher verstanden, wenn anlässlich von 80% Ausländeranteil der Unmut gegen die Überfremdung bei Mitschülern und Bevölkerung gewachsen wäre. Aber das komplette Gegenteil war der Fall. Deutsche und ausländische Jungs verstanden sich zumindest in ihrer Klasse prächtig. Was ja eigentlich auch kein Wunder war, denn egal ob Türke, Russe oder Deutscher, letztlich schienen sie sich alle darin einig zu sein, dass der Sinn des Lebens vornehmlich darin bestand, ein Stückchen cooler zu wirken als der Rest und die aktuellen Charts sowie die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga auswendig herunterbeten zu können. Zu einigen Mädels aus ihrer Klasse hatte Leonie zwar ein etwas besseres Verhältnis, aber auch dort schien es eine Art stillschweigenden interkulturellen Konsens zu geben, wonach sich junge Frauen möglichst wie Nymphomane Bahnhofsnoten zu kleiden hatten und sich insgeheim geschmeichelt fühlen mussten, wenn ihnen irgendein testosterontriefender Ali, Sergei oder Kevin über den halben Schulhof hinweg zurief, was sie doch für einen geilen Arsch hätten. Zu Leonie hatte das schon seit der dritten Klasse keiner mehr gesagt, denn Leonie galt bei den meisten ihrer Mitschülern als eine Art drittes Geschlecht. Nicht zierlich und aufgetakelt genug, um als typisches Mädchen durchzugehen und bei weitem nicht lustig und laut genug, als dass ihre männlichen Klassenkameraden sie als einen der ihren akzeptiert hätten. Tatsächlich konnte man Leonie mit ihren ungepflegten braunen Haaren und ihrer grundsätzlichen Abneigung gegen jede Art von Schminke und Körperschmuck auf den ersten Blick für einen schüchternen Jungen halten. Dazu kam dann noch ihr ständig etwas angepisst und unmotiviert wirkender Gesichtsausdruck, ein eher blasser Teint und die Tatsache, dass sie sowohl Jeans als auch Pullover immer in der Männerabteilung und meist auch ein paar Nummern zu groß kaufte, weil sie erst gar kein Interesse daran hatte, ihre durchaus vorhandenen weiblichen Körperformen in irgendeiner Weise zu Markte zu tragen. Niemand sollte sie auf ihr Aussehen reduzieren. Wenn, dann wollte Leonie um ihrer Gedanken willen geliebt werden. Das Tragische war nur eben, dass dies nicht geschah. Keiner interessierte sich für die Gedanken eines Mädchens, das eigentlich gar kein Mädchen sein wollte und sich am liebsten den ganzen Abend nur Serien auf Netflix reinzog oder stundenlang irgendwelche nicht-jugendfreien Videospiele spielte, um vor der langweiligen Realität in düstere Fantasiewelden zu flüchten. Und niemand hatte für diese Realitätsflucht Verständnis, weder Lehrer, Mitschüler und schon gar nicht ihr alleinerziehender Vater. Immer hieß es nur, geh doch mal ein bisschen an die frische Luft und dann nimm was mit deinen Klassenkameraden, geh ins Jugendzentrum und mach einen Hip-Hop-Tanzkurs. Jeder schien einen Haufen guter Ratschläge für Leonie parat zu haben. Nicht ein einziger nahm sich mal Zeit dafür, sich hinzusetzen und einfach mal zuzuhören, warum Leonie so geworden ist, wie sie war. Denn für alles, was in Leonies Leben passierte, gab es einen triftigen Grund. Auch dafür, dass sie eines Tages eine ihrer Mitschülerinnen aus der Schlampenfraktion mit Schlägen traktierte, ihr ein riesiges Büschel Haare aus dem frisch frisierten Schädelriss und dann vor den Augen der gesamten Klasse versuchte, sie mit ihren eigenen Haaren zu strangulieren. Erst als die Schlampe schon blau angelaufen war, kam ein entsetzter Lehrer hinzugeeilt und verhinderte durch sein beherztes Eingreifen, dass sich Leonie ihre Zukunft vollends verbaute. Sie bekam lediglich einen vorübergehenden Schulverweis. Nichts Dramatisches eigentlich, aber für Leonies Vater dennoch Grund genug, das großstädtische Umfeld und die fehlende Nähe zur Natur für Leonies zunehmend aggressiver werdendes Verhalten verantwortlich zu machen. Und so beschloss er kurzerhand, ihre Eigentumswohnung zu verkaufen und in der schwäbischen Provinz, genauer gesagt in einem abgelegenen Ortsteil von Kalbsbach, wo ihnen Leonies verstorbener Großvater vor kurzem die Hälfte seines Hauses hinterlassen hatte, einen Neuanfang zu wagen. Warte doch erstmal ab, bis wir dort sind, hatte sie ihr Vater auf der Hinfahrt aufzumundern versucht. Glaub mir, es wird dir gefallen. Du wolltest doch früher immer ein Pony haben, nicht wahr? Also es gibt da ganz in der Nähe viele Bauernhöfe und da... Ich bin keine 13 mehr, Dad, hatte sie ihm vorwurfsvoll geantwortet. Ich bin fast 17. Aber ihr Vater ließ sich nicht beirren. Na und, Schätzchen? Ich habe gehört, dass es Menschen geben soll, die auch mit 20 oder 30 noch Freude am Reiten empfinden. Außerdem, du willst doch nie so sein wie alle anderen und tun, was alle tun. Jetzt hast du die Gelegenheit dazu. Toll, danke, Dad. Vielen Dank. Ich hoffe, es gibt in dem Dreckskaff wenigstens Internet. Ihr Vater runzelte die Stirn. Nun, zumindest gibt es einen Telefonanschluss. Und wenn du mir zeigst, dass du das nächste halbe Jahr in der Schule keinen Mist baust und auch wieder etwas mehr für deine Mathe-Note tust, dann können wir meinetwegen auch über einen Internetzugang reden. Leonie erkannte gleich am Gesichtsausdruck ihres Vaters, dass Betteln oder Schimpfen keinen Zweck haben würde. Der Mann war vielleicht nicht der strengste und autoritärste Vater dieser Welt, aber wenn er sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, war seine Sturheit durchaus mit der von Leonie vergleichbar. Und so schwiegen sie sich den Rest der langen Autobahnfahrt gegenseitig an und Leonie nahm sich vor, ihre neue Schule und alles, was sich in dieser Schule befand, abgrundtief zu hassen. Einfach schon aus Prinzip, genau wie sie auch alle Pferde und alle Bauernhöfe in diesem Dreckskaff hassen wollte. Die Regimekritiker, die im alten Russland vom Zar oder Stalin nach Sibirien verbannt worden waren, sagten schließlich auch nicht, oh toll, da gibt es so viel Natur, schöne Bäume und wunderbare Pferde. Nein, sie waren vermutlich eher traurig oder wütend, dass andere Menschen darüber bestimmen durften, wo sie zu leben hatten. Und genauso fühlte sich nun auch Leonie. Vom bösen Zaren aus purer Willkür ins Exilverband. Ausgestoßen, gebranntmarkt und geächtet. Der erste Tag an der neuen Schule bestätigte dann auch gleich ihre schlimmsten Befürchtungen. Jeder kannte jeden, nur Leonie kannte logischerweise niemanden. Verglichen mit den pubertierenden Möchtegern-Gangstern, mit denen sich Leonie an ihrer alten Schule herumschlagen durfte, wirkten die männlichen Jugendlichen in ihrer neuen Klasse teilweise drei oder vier Jahre entwicklungsverzögert, als ob sie aus Versehen zu früh eingeschult worden waren. Der andere Teil erweckte dafür zum Ausgleich eher den gegenteiligen Eindruck. Bullige Bauerntypen mit Doppelkinn, die wahrscheinlich schon mehrmals sitzen geblieben waren und möglicherweise nur deshalb noch immer in der Klasse sein durften, weil ihre Väter alle mit dem mindestens ebenso bäuerlich aussehenden, dickhalsigen Rektor der Schule verwandt waren. Die Mädels in der Klasse wirkten im Vergleich zu den aufgetakelten Bitches aus der Großstadt immerhin angenehm normal, wenn auch ein bisschen unreif, wie Leonie sofort mit kritischem Auge feststellte, als sie zum ersten Mal das Klassenzimmer betrat und einen Haufen aufgeschreckter Teenie-Hühner um einen der Tische herumhüpfen sah. Ein seltsames Ritual, das sie zu Hause in Gelsenkirchen zuletzt in der zweiten Klasse beobachten konnte. Das Allerschlimmste war für Leonie aber der Kontakt mit dem schwäbischen Dialekt. Sie hatte sie schon mit Russen verständigt, mit Türken und Albanern aus dem Gelsenkirchener Ghetto, die kaum ein Wort Deutsch sprachen. Aber das war alles nichts gegen das Kauderwelsch der Kalbsbacher. Du bist Neue, gell? war der erste Satz, den ihr eine gut gelaunte Blondine mit zwei pipi-langstrumpfartigen Zöpfen entgegenrief, als sich Leonie etwas verloren in dem Gehege umsah, dass mindestens für die nächsten ein, zwei Jahre ihr zweites Zuhause werden sollte. Ja, du mich auch, dachte Leonie leise zu sich selbst, versuchte aber dennoch, ihrer freundlichen neuen Mitschülerin ihr schönstes Lächeln zu präsentieren. Hi, ich bin Leonie. Ich bin Martina, antwortete diese. Du kochst frei gern zu mir noch am Hockerwende möchtest. Ähm, danke, versuchte Leonie sich auf die fremde Sprache der Einheimischen einen Reim zu machen. Ich glaube, ich setze mich erst mal ganz nach hinten. Sie deutete auf den freien Tisch in der letzten Reihe, der mit deutlichem Sicherheitsabstand zu allen anderen Tischen aufgebaut war. Da bin ich früher in meiner alten Schule auch immer gesessen. Benedikt Leonie möcht sich ganz nach hinten hocken, kommentierte Martina Leonies Entscheidung in Richtung von einem der vorderen Tische. Dort verstummten einige Gespräche. Einer lachte, dann blickten etliche fragende Bauerngesichter in Leonies Richtung. Da würd ich mich fein nicht nahe hocken, kam schließlich von einem braun gebrannten Jungen mit zeitloser Kurzhaarfrisur als Antwort zurück. Der Spuki isch ein ganz hinterfotziger Drecksack, mit dem will keiner was zu dohan. Am besten hellsch Abstand zu dem. Als er von Leonie als Reaktion nur verständnisloses Achselzucken erntete, sprang die schmunzelnde Martina in die Bresche und startete den Versuch einer Übersetzung. Dorthin da hockt schon einer. Den nennt Elinor der Spuki. Das isch ein bissle a komischer, weisch? So a richtiger Freak. Der isch net ganz richtig im Kopf. Aha, erwiderte Leonie nicht wirklich interessiert. Gut, dann setz ich mich halt erst mal zu dir. Martina lachte. Hocke. Bei uns häust mir das nahe Hocke, Leonie. Musst du schon einprägen, sonst merkt man auch gleich, dass du eineigeschmeckte bist. Ich glaube, ich kaufe mir besser ein Wörterbuch, antwortete Leonie knapp, während sie in ihren Gedanken eine große Bahnhofsuhr vor sich sah, deren Zeiger in quälender Langsamkeit vor sich hintickten, aber dennoch nicht wirklich vom Fleck zu kommen schienen, als ob sie sich in Zeitlupe durch klebrigen Morast bewegten. So langsam verging die Zeit sonst nur in der Hölle, und Leonie fragte sich verzweifelt, wie sie die nächsten fünf Stunden in diesem Bauernstall überleben sollte, geschweige denn die nächsten zwei Jahre. Sodele, guten Morgen, wurde sie von einer tiefen Brummstimme aus ihren Gedanken gerissen. Guten Morgen, antwortete etwa die Hälfte der Schüler gelangweilt. Ein bärtiger, etwas molliger Typ mittleren Alters marschierte voller morgendlichem Tatendrang zum Pult und begann dann damit, irgendeine im Klassenbuch befindliche Liste zu kontrollieren. »Leonie, stimmt, wir haben ja etwas Neues gekriegt«, brummte er mehr als er sprach und schaute dann prüfend in die Klasse. »Leonie, wo auch, Schmädle?« Leonie seufzte und hob schließlich unmotiv in die Hand. »Ich bin hier.« Der bärtige Kerl machte einen Haken in seine Liste. »I bin der Herr Bayerle«, sagte er schließlich mit einem zufriedenen Nicken. »Ja, auf dir gefällt's hier bei uns.« »Ich hoffe, du bist nicht mein neuer Deutschlehrer«, dachte Leonie sarkastisch, verkniff sich den Kommentar dann jedoch, um es sich nicht gleich am ersten Tag mit allen Anwesenden zu verscherzen. »Ja, ist ganz okay hier«, sagte sie stattdessen leise. »Nur mit der Sprache tue ich mir noch ein bisschen schwer.« »Heide, nein, du schwätsch ja besser als Hochdeutsch wie ich«, lachte Herr Bayerle, begleitet von einigem Gekicher aus den vorderen Reihen. Er machte eine kurze Pause, bevor er sich räusperte und in etwas ernsterer Tonlage fortfuhr. »War nur Spaß, Leonie. Den Unterricht macht mir natürlich in Hochdeutsch, wie sich's gehört. Nur zwischenei schwätzt man halt gerne mal so, wie einem der Schnabelquachse isch.« »Na ja, hörst du schon, der Tragwene. Mehr sind halt alles bläde Schwabersäckel.« Wieder lachten fast alle, bis auf Leonie. Sie hatte es versucht, aber außer einem leichten Hustgeräusch nichts zustande bekommen, was auch nur im Entferntesten an ein Lachen erinnert hätte. Stattdessen wünschte sie sich auf einmal sehensüchtig in ihre alte Proletenklasse zurück, wo man nicht mit den Lehrern lachte, sondern allerhöchstens über sie. Da erschien Leonie irgendwie konsequenter, schließlich stand man auf verschiedenen Seiten. Die Schüler wollten möglichst alle einen guten Abschluss haben, und zu den Aufgaben der Lehrer gehörte es nun mal unter anderem auch, dafür zu sorgen, dass nicht jeder einen bekam. »Kein Grund, sich zu verbrüdern,« dachte Leonie. »Kein Grund, netter zueinander zu sein, als es unbedingt nötig war.« »Wirschender Florian,« brummte es vom Pult her, »hat der schon wieder seinen Bus verpasst?« Die Blicke der Schüler richteten sich nach hinten, zu dem noch immer unbesetzten Tisch in der letzten Reihe. Herr Bayerle seufzte und wollte gerade ein paar Hefte aus seiner Aktentasche fischen, als die Tür aufgerissen wurde und ein dürrer Junge eintrat, dessen Gesicht fast komplett von der Kapuze seines lilanen Pullovers verdeckt war. »Tschuldigung, hab den Bus verpasst,« murmelte er, ohne sich dabei in Richtung des Lehrers zu wenden. Stattdessen blickte er nur auf den Boden und schlappte unmotiviert an den freien hinteren Tisch. Die Kapuze hing ihm dabei so tief ins Gesicht, dass Leonie selbst dann, als er direkt an ihrem Platz vorbeiging, keine genauen Einzelheiten erkennen konnte. Nur einige braune Haare und ein eher schmaler, blasser Mund lugten aus dem dunklen Stoff der Kapuze hervor. Der Pullover schien dabei fast ein paar Nummern zu groß für ihn zu sein. Jedenfalls bedeckte er auch fast komplett die Hände des Jungen, sodass nur die Spitzen seiner Finger aus dem Ärmel hervorschauten. Im Kontrast zu seiner zugeschnürten, geradezu winterlich anmutenden Oberbekleidung trug er untenrum eine mit Blümchen bestickte hellblaue Schlafanzughose, die den Eindruck erweckte, als ob er gerade eben erst aus dem Bett gefallen war. Merkwürdige Kombination, dachte Leonie. Hätte fast von mir sein können. Menschen, die sich keinem Modediktat unterwarfen, waren ihr schon mal grundsätzlich nicht völlig unsympathisch. Erst recht, wenn sie modemäßig so dermaßen daneben lagen, als ob sie der Geschmack ihrer Zeitgenossen nicht das geringste anging. Das ist er, flüsterte Martina, als der Junge an ihrer Bank vorübergegangen war und sich ganz hinten auf seinen Stuhl fallen ließ. Das ist der Florian. Aber Elle sagt nur Spooky zu ihm. Warum eigentlich? fragte Leonie verwundert. Weil er ein bisschen unheimlich ist, wurde sie von Martina belehrt. Unheimlich gruselig. Manche sagen, der ist mit bösen Geuster im Bund. Geuster? wiederholte Leonie offensichtlich etwas zu laut, denn Herr Bayerle befand sich urplötzlich auf dem Weg zu ihr. Leonie, magst du vielleicht die Frage für uns beantworte? Die Frage? Welche Frage? Um was ging es doch gleich? Leonie sah den Lehrer an mit den unschuldigen, inhaltsleeren Augen eines neugeborenen Kalbes. Ähm, versuchte sie sich eine hoffentlich passende Antwort zurechtzulegen, doch ein vorlauter Ruf von der letzten Bank kam ihr zuvor. 1933, sagte Spooky, der seine Kapuze jetzt etwas mehr aus dem Gesicht gezogen hatte, und warf der sich überrascht umdrehenden Leonie einen eiskalten Blick zu, so als wollte er ihr zeigen, dass er jedes einzelne Wort ihrer Unterhaltung genauestens mitverfolgt hatte. Das Blau seiner Augen wurde dabei nur noch von den dicken Augenringen übertroffen, die sich darunter gebildet hatten und die ganz offensichtlich auf ein wenig gesundes Schlafverhalten schließen ließen. Danke, Florian, aber beim nächsten Mal melde ich dich, krummelte der Lehrer und fügte an Leonie Gewand hinzu. Und du schwätschst nicht so viel, Herrgott, zack, musst doch ein guter Eindruck machen an deinem ersten Tag. Entschuldigung, flüsterten Leonie und Christina beinahe gleichzeitig. Während Herr Bayerle zurück an die Tafel stapfte und dabei irgendwas von Ermächtigungsgesetz und Reichstagsbrand faselte, dämmerte Leonie, dass er sich bei Herrn Bayerle vermutlich nicht um den Deutsch, sondern um den Geschichtslehrer handelte. Sie versuchte, sich irgendwie auf seinen monotonen Sing-Sang zu konzentrieren, konnte es sich aber nicht verkneifen, immer mal wieder unauffällig zu dem merkwürdigen Jungen am hintersten Tisch zu schielen. Zwei-, dreimal begegneten sich ihre Blicke flüchtig, aber Leonie wandte sich dann jedes Mal wieder schnell von ihm ab. Auch wenn sie nicht viel auf das Gerede ihrer abergläubischen Nebensitzerin gab, aber irgendwie hatten Spookys Augen tatsächlich etwas Unheimliches an sich, als ob sie eine Art Scanner eingebaut hätten, mit dessen Hilfe man unter Leonies Klamotten ihre Brüste erkennen konnte. Vielleicht nannte man ihn ja deshalb Spooky, überlegte Leonie, weil er komisch klotzte und, ja, was tat er da eigentlich die ganze Zeit mit seinen Händen, wenn er Leonies neugierige Blicke einmal nicht rechtzeitig bemerkt hatte, um sie zu kontern? Er hielt ganz offensichtlich irgendeine Perlenkette in seinen Händen, ab und zu bewegten sich auch stumm seine Lippen, als ob er ein geheimes Mantra herunterbeten würde oder sich in eine Art Tross versetzte. Herr Bayerle schien sich daran jedenfalls nicht sonderlich zu stören, oder er hatte sich an die Macken des seltsamen Jungen längst gewöhnt. Auch die anderen Mitschüler schienen nicht wirklich Notiz von ihm zu nehmen, selbst dann nicht, als Spookys Kopfuhr plötzlich mit einem dumpfen Schlaggeräusch auf dem Tisch aufschlug, wonach er sich schmerzend und sichtbar übermüde die Stirn rieb. Leonie hatte keine Ahnung, ob er kurzzeitig eingeschlafen war oder sich mit dieser Aktion absichtlich selbst verletzen wollte, um wach zu bleiben. Aber sie wusste, was man zu einem von seiner Sorte an ihrer alten Schule gesagt hätte. Der wird sicher nachts von seinem Daddy gebumst. Irgendwie gemein, aber die Sitten waren rau in Gelsenkirchen. Ein greller Lichtstrahl riss Leonie aus ihren Erinnerungen. Da kam von hinten ein Auto auf der Straße entlanggefahren, mindestens schon das zweite innerhalb der letzten halben Stunde. Leonie stellte sich an den Fahrbahnrand und wandte ihre Augen von dem aufdringlichen Lichtkegel ab, bis das Gefährt endlich wieder hinter der nächsten Kurve verschwunden war. Sie nahm sich vor, falls in absehbarer Zeit noch einmal ein Wagen vorbeikäme, würde sie ihn anhalten und zumindest mal nach dem Weg fragen oder besser gleich höflich bitten, ob man sie ein Stückchen mitnehmen könnte. Auch wenn Leonie ihrem Vater versprochen hatte, nicht einfach so zu fremden Leuten ins Auto zu steigen, sie hatte ihm ebenfalls versprochen, bis spätestens Mitternacht zu Hause zu sein. Und wenn sie nun durch die äußeren Umstände dazu gezwungen war, sich zwischen einem dieser beiden heiligen Versprechen entscheiden zu müssen, so wollte sie im Zweifelsfall lieber jenes einhalten, durch das ihr weniger Blasen an den Füßen entstehen würden. Leonie überlegte, ob es das alles wert gewesen war. Die schmerzenden Füße, das drohende Donnerwetter, wenn sie zu spät nach Hause kam, die theoretische Chance, in diesem verdammten Dreckswald noch tagelang umher zu irren und schließlich einer Schöpfung zu sterben. Und das alles nur, weil sie unbedingt meinte, aus lauter Langeweile am späten Nachmittag noch mit dem Bus in den nächstgrößeren Ort fahren zu müssen, wo es Martinas Worten zufolge immerhin einen Mediamarkt geben würde. Leider entpuppte sich der angebliche Mediamarkt als bieteres Elektrofachgeschäft mit völlig überhöhten Preisen und einer Computerspielauswahl, die vermutlich noch aus dem letzten Jahrhundert stammte. Die Imbissbude in dem aus einem Discounter und drei Werkshallen bestehenden Industriegebiet entpuppte sich als schlechter Witz mit versalzenden Pommes und der miesesten Currywurst, die Leonie in ihrem ganzen Leben gegessen hatte und die nichts anderes zu sein schien als eine stinknormale, in einem Haufen Curry-Ketchup ertränkte Bockwurst. Und schließlich entpuppte sich der Nachtfahrplan an der Bushaltestelle als ein leeres Blatt Papier hinter einer Klarsichthülle, auf die irgendwer einen Pimmel und ein grottenschlechtes Graffiti gemalt hatte. Leonie hätte nur zu gerne noch »Verreckt doch alle, ihr Scheiß-Schwaben« dazu geschrieben, aber dummerweise hatte sie gerade keinen Stift dabei. Der Nebel schien dichter zu werden. Natürlich war Leonie auch in Gelsenkirchen schon des Öfteren mit nächtlichem Nebel konfrontiert worden, aber der Nebel in der Stadt war anders. Stadtnebel war durchflutet von künstlichem Licht, auch wenn er den ständigen Verkehrslärm angenehm dämmte, empfand ihn Leonie doch nie als einen Teil der Natur. Er senkte sich auf die Häuser hernieder und die Stadt machte ihn sofort zu ihrem Eigentum, zu etwas Zivilisiertem, zu etwas, was Teil der industrialisierten, modernen Wohlstandswelt war. Der Nebel hier draußen hingegen war urwüchsig und geheimnisvoll. Man konnte förmlich dabei zusehen, wie er aus den am Boden liegenden Ästen und Gräsern gekrochen kam und sich wabernd in alle Himmelsrichtungen ausbreitete. Dieser Nebel ließ sich nicht in Besitz nehmen. Es kam Leonie vielmehr so vor, als würde er nach und nach vom gesamten Waldbesitz ergreifen und von allem, was er sonst noch zu fassen bekam. Leonie war beileibe keine ängstliche Natur. Sie schaute für ihr Leben gern Horrorfilme und wusste nahezu alles, was es über Serienkiller, Zombies und Vampire zu wissen gab. Aber wirklich gruseln tat sie sich dabei längst nicht mehr. Anders als gewisse Gutmenschenpädagogen behaupteten, wurde man durch das Betrachten solcher Filme nämlich nicht zum gewalttätigen Psychopathen. Je mehr man vielmehr von ihnen sah, desto mehr verstand man als einigermaßen vernunftbegabter Zuschauer auch die Mechanismen, nach denen solche Filme funktionierten. Irgendwann fing man dann an, zwischen guten und schlechten Filmen zu unterscheiden, zwischen aufwendigen und billigen Splatter-Effekten und zwischen glaubwürdigen und miesen schauspielerischen Leistungen. Man achtete auf die Originalität der Schocksequenzen und freute sich, wenn irgendwann mal kein maskierter Psychokiller hinterm Duschvorhang lauerte, wie schon so oft, sondern stattdessen völlig unerwartet eine Krallenhand aus dem Abfluss hervorschnellte. Leonie vermutete ohnehin, dass die alten Säcke, die sich immer über gewalttätige Filme und Computerspiele aufregten, in Wahrheit psychisch viel labiler waren als diejenigen, um deren Entwicklung sie sich angeblich Sorgen machten. Sie regten sich über gestellte Szenen auf, ängstigten sich vor irrealen Gewaltdarstellungen, die einem modernen Durchschnittsteenager höchstens ein unterdrücktes Gähnen oder einen dämlichen Spruch entlocken würden. Wenn überhaupt, dann waren es zweifellos die Alten, die man vor solchen Filmen schützen musste, weil ihre spießigen Schäfchenhirne nie richtig gelernt haben, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden, wie es für die allermeisten medienerfahrenen Jugendlichen in Leonies Alter längst völlig selbstverständlich war. Leonie blieb stehen und betrachtete nachdenklich die dunklen, von Nebelschwaden umschlungenen Baumstämme am Rand des Weges. Das ist ganz normale Natur, versuchte sich Leonie zu beruhigen, auch wenn in vielen Horrorfilmen Kids aus der Stadt in Nächten wie diesen auf dem Land abmassakriert wurden. Das waren eben Filme, und die Regisseure benutzten Elemente wie Nebel oder dunklen Wald ganz bewusst, um mit den schlechten Sichtverhältnissen und damit mit menschlichen Urängsten zu spielen. In der Realität, dessen war sich Leonie eigentlich ziemlich sicher, geschahen in nebligen Nächten auch nicht mehr Morde als bei sternklarm Himmel oder Sonnenschein. Das mit dem Nebel war eine blödsinnige Erfindung der Unterhaltungsindustrie, nichts weiter. Überhaupt, das Schlimmste, was einem in einem Wald wie diesem passieren konnte, war vermutlich, sich beim Stolpern über irgendeine Wurzel ein Bein zu brechen und dann keinen Handyempfang zu haben. Daran sind garantiert schon mehr Leute gestorben als an irgendeinem beschissenen Psychokiller, dachte Leonie und ging kopfschüttelnd weiter, weil sie einen Moment lang ernsthaft geglaubt hatte, unterhalb der Böschung eine regungslos aus dem Nebel ragende Gestalt gesehen zu haben. Als wäre ihre Lage nicht schon misslich genug, verspürte Leonie seit einigen Minuten auch noch einen immer stärker werdenden Druck auf der Blase. Natürlich erwartete sie nicht ernsthaft, hier draußen mitten im Wald ein Dixi-Klo zu finden, ganz abgesehen davon, dass sie es ohnehin nicht benutzt hätte, denn ein herrenlos im nebligen Wald herumstehendes Dixi-Klo wäre für eine Horrorfilm erfahrene Vielseherin wie sie dann doch zu offensichtlich eine Todesfalle für neugierige, unbedarfte Touristen aus der Stadt gewesen. Noch einmal hielt Leonie inne und blickte sich prüfend um. Auf der anderen Seite des Weges schienen die Bäume etwas weniger dicht zu sein. Man konnte sich fast einbilden, einen schmalen Trampelpfad zu erkennen, der dort durch das am Wegrand wachsende Gestrüpp in die Dunkelheit führte. Vielleicht von einem Jäger angelegt oder von irgendwelchen Mountainbikern, von denen Leonie schon tagsüber einige kleine Krüppchen aufgefallen waren. Als der innere Druck schließlich zu groß wurde, entschloss sich Leonie schweren Herzens, ein paar Schritte in den Wald zu machen, um sich zumindest von dieser Last ein für alle Mal zu befreien. Hier wird schon nicht die schwäbische Version von Jason Voorhees rumschleichen, sagte sie sich zur Beruhigung, denn einen schwäbelnden Serienkiller wollte sie sich nun wirklich nicht mal in ihren schlimmsten Albträumen vorstellen. Nein, Leonie war sich eigentlich ziemlich sicher, dass sie sofort in schallendes Gelächter ausbrechen müsste, wenn plötzlich so ein Bauer mit Mistgabel und Inzestgesicht vor ihr stehen und laut schimpfend auf sie losgehen würde. Und still und heimlich morden wie die Typen aus den Filmen? Nach allem, was Leonie in den letzten Tagen von der debilen schwäbischen Landbevölkerung mitbekommen hatte, würden die es nicht mal schaffen, sich bis auf 10 Meter an sie heranzuschleichen, ohne ihr Vorhaben nicht zumindest mit einem erwartungsfrohen Sodele zu kommentieren. Man brauchte einfach auch irgendwie Stil, um Serienkiller zu sein. Und Leute mit Stil hatte Leonie in Kalbsbach bislang nun wirklich nicht allzu viele kennengelernt. Hinter einem Busch in der Nähe eines desolaten Jägerstands begab sich Leonie schließlich in Position. So, dass sie durch das Laub der Blätter zwar immer noch die Straße im Auge hatte, aber sich dennoch ziemlich sicher sein konnte, dass sie von einem eventuell entlangfahrenden Auto nicht gesehen werden würde. Dann streifte sie ihre Hose herunter und ging angestrengt in die Hocke, darum bemüht, an irgendwas Erfreulicheres zu denken, was ihr in dieser gruseligen, unzivilisierten Umgebung jedoch alles andere als leicht fiel. Während schon die ersten Spritzer heißgelber Flüssigkeit aus ihrer Blase schossen, blickte Leonie noch einmal skeptisch in alle Richtungen, um sicherzustellen, dass sich nicht irgendwo in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ein Bau von irgendwelchen ekligen Krabbeltieren befand. Und erschrak fast zu Tode, denn dort in ihrem Rücken, kaum drei Meter von ihr entfernt, hockte eine in Schatten gehüllte, dunkle Gestalt. Sie lehnte nahezu regungslos an einem Baum und tat nichts, außer Leonie mit einem funkelnden Blick anzustarren. »Wer bist du? Was willst du von mir?« schrie Leonie hysterisch und pisste sich dabei aus Versehen über die eigene Hose. Dann hüpfte sie aus der Hocke nach oben, unschlüssig, ob es sinnvoller war, die Flucht zu ergreifen oder dem unbekannten Perversling erst noch die Fresse zu polieren, um gleich von vornherein klarzustellen, dass sie kein hilflos mit den Augen rollendes Klischee-Opfer sein würde. »Die Frage ist doch eher, was willst du von mir?« kam auf einmal von der unheimlichen Gestalt als Antwort zurück. »Ich sitze hier schon seit zwei Stunden, lausche dem Frieden hier im Wald und auf einmal kommst du, stöhnst obszön rum und streckst mir deinen nackten Arsch entgegen.« Jetzt erst erkannte Leonie, dass es sich bei dem vermeintlichen Spanner um Spooky handelte, ihren schrägen neuen Klassenkameraden, der noch immer denselben dunklen Kapuzenpulli vom Morgen trug, aber seinen Schlafanzug inzwischen gegen eine schwarze Jogginghose eingetauscht hatte. Kein Wunder, dass er in der Dunkelheit so schwer zu erkennen gewesen war. »Wie bitte?« konterte Leonie nicht auf den Mund gefallen. »Soll das ein Witz sein? Du wirst wohl kaum so bescheuert sein, ohne Grund zwei Stunden im Wald zu sitzen und...« Sie schaute ihm giftig in die Augen, doch er blickte nur ausweichend auf den Waldboden. »Doch, wahrscheinlich bist du wirklich so bescheuert,« korrigierte sich Leonie und machte sicherheitshalber zwei unauffällige Schritte nach hinten, um für den Fall der Fälle einen kleinen Vorsprung zu haben. Der Typ passte immerhin genau ins Raster eines Serienkillers. Er verhielt sich schon in der Schule wie ein potenzieller Amokläufer, sprach ganz offensichtlich kein Schwäbisch und irgendwie hatte er auch Stil. »Wenn das hier ein Film wäre,« fragte Leonie, um seine Reaktion zu testen, »welche Rolle hättest du darin? Wärst du eher der Böse oder einer von den Guten?« Daraufhin hob der merkwürdige Junge seinen Kopf und schob ein wenig seine Kapuze samt Haare nach hinten, damit sie besser in seine Augen blicken konnte. »Wenn das hier ein Film wäre, würden sie die Szene rausschneiden,« meinte er leise, mit einem Anflug von Lächeln im Gesicht. »Niemand da draußen steht auf Heldinnen, die sich in die Hose pissen.« Auch wenn sie das tunlichst vermeiden wollte, spürte Leonie, wie ihr Gesicht rot anlief, so wie zuletzt vermutlich in der dritten Klasse, als sie einer der Jungs auf dem Pausenhof gefragt hatte, ob sie ihn gern einmal küssen möchte. »Ich, äh, ich möchte dich mal sehen, wenn du nichtsahrend irgendwo an einen Baum pinkelst und dir plötzlich jemand von hinten auf deinen Schwanz starrt. Und überhaupt, du hast mich auch heute Morgen schon so komisch angeklotzt.« »Wie hätte ich dich ignorieren können?«, erwiderte Spooky. »Ich meine, du bist neu in der Klasse, du sprichst meine Sprache und du kleidest dich, ähm, ungewöhnlich für dein Alter. Und dann drehst du dich auch noch ständig zu mir um, als ob ich dein geheimer Schwamm wäre oder sowas.« Leonies Nackenhaare begannen sich allmählich wiederzulegen, sofern sie ihre Menschenkenntnis nicht völlig täuschte, schien ihr gegenüber zumindest kein hirnloser Lustmolch, sondern ein durchaus vernunftbegabter Gesprächspartner zu sein. »Naja, du hast manchmal echt komische Geräusche gemacht,« versuchte sie ihm zu erklären. »Und ich habe auch noch niemanden gesehen, der im Unterricht ständig mit so einer komischen Gebetskette rumspielt.« Der Junge trat langsam ein paar Schritte näher an Leonie heran und streckte ihr lächelnd seine Hand entgegen. »Ach, die? Die ist nur als Einschlafhilfe gedacht. Das fällt mir manchmal etwas schwer, wenn alle so laut sind um mich herum. »Übrigens, ich bin Spooky. Der Name auf meinem Perso spielt keine Rolle.« »Ja, hab schon mitgekriegt, dass dich alle so nennen,« antwortete Leonie und griff nach kurzem Zögern seine Hand. Sie fühlte sich kalt und feucht an wie der Nebel. »Ich bin Leonie. Steht auch so in meinem Perso.« »Interessierst du dich auch für die Natur?«, fragte Spooky. »Wirst du deshalb heute Nacht hier rausgekommen?« Leonie schüttelte grinsend den Kopf. »Keine Chance, Mann. Ich bin überzeugtes Stadtkind. Ich hab nur zu spät gerafft, dass hier schon zur Zeit kein Bus mehr fährt. Dann dachte ich, ich gehe zu Fuß und...« »Und hast dich verlaufen,« ergänzte Spooky verständnisvoll. »Ist ja auch kein Wunder,« murrte Leonie. »Sieht doch alles gleich aus hier. Überall nur Bäume.« Daraufhin schaute Spooky fast entrüstet und machte eine abweisende Handbewegung. »Ach was? Wenn du mich fragst, sieht eher in der Stadt alles gleich aus. Überall nur Häuser und rechtwinklige Straßenkreuzungen. Ich habe mich letztes Jahr mal in Stuttgart verlaufen.« Er kratzte sich verlegen am Kopf und zögerte einen kurzen Moment, bevor er schließlich fragte. »Magst du mir vielleicht dein Ziel verraten?« »Dann sage ich dir vielleicht auch, wie du am schnellsten dahin kommst.« »Oh ja, das wäre verdammt nett von dir. Ich will einfach nur irgendwie nach Kalbsbach zurück, hinter Murthalers Straße, um genau zu sein, falls du weißt, wo das ist.« Natürlich kannte Spooky den Weg, wie er sich überhaupt in dem ganzen Gebiet mindestens so gut auszukennen schien wie in der Kapuze seines Pullovers. Wie sich herausstellte, hätte Leonie einfach an der letzten Kreuzung nach rechts abbiegen müssen und hätte dann schon kurz darauf, noch vor der Heinzlissmühle, die spärliche Straßenbeleuchtung von Kalbsbach erblickt. »Soll ich dich ein Stück begleiten?«, fragte Spooky wie ein echter Gentleman. »Nur um sicherzugehen, dass du nicht wieder verloren gehst?« »Tu, was du nicht lassen kannst«, erwiderte Leonie mit einem Schulterzucken, auch wenn sie insgeheim froh war, nicht mehr allein durch die Gegend irren zu müssen. Aber nach außen zeigen wollte sie das auf keinen Fall. Niemand sollte denken, dass sie nicht alleine zurechtkam. Niemand sollte sie jemals wieder für schwach halten. Niemand. Kapitel 2 Bruder Um Leonies Wesen zu verstehen, musste man eigentlich nur einen Blick in die tragische Vergangenheit ihrer Familie werfen. Eine Vergangenheit, die ihre Eltern wohl am liebsten für immer aus ihrem Gedächtnis streichen würden. Für Leonie kam dies jedoch nicht in Frage. Leonie wollte sich erinnern. Sie wollte sich an ihren Bruder Jakob erinnern. Jakob war fünf Jahre älter als sie. Seit Leonie denken kann, hatte sie zu ihrem Bruder aufgeschaut. Sie hat ihn bewundert, wie er einst an seiner Zimmerwand ein Bild von Jesus Christus malte, der ausgeweidet und kopfüber vom Kreuz hing. Ausgerechnet er, von dem sich ihre gläubigen Großeltern doch am liebsten gewünscht hätten, dass er eines Tages Pfarrer werden und so die alte Familientradition wieder aufleben lassen würde. Ausgerechnet er, dem seine Lehrer schon in der Grundschule eine Hochbegabung und einen weit überdurchschnittlichen IQ attestiert hatten, was seine Eltern natürlich sichtlich stolz gemacht hatte und sie insgeheim schon Erkundigungen über die besten Universitäten des Landes einholen ließ. Doch Jakobs weitere Entwicklung entsprach dann so gut wie überhaupt nicht ihren Erwartungen. Mit 14 hatte er sich ohne elterliche Erlaubnis, dass Konterfeife und Che Guevara auf den Oberarm tätowieren lassen. Er kiffte, vernachlässigte die Schule und war Meister darin, durch kurze, provozierende Statements sämtliche Erwachsenen um sich herum in regelmäßigen Abständen zur Weißglut zu treiben. Für ihre Eltern war Jakobs Lebensstil wohl ein einziges Ärgernis. Für die neugierige, zehnjährige Leonie hingegen, die noch nicht so genau verstand, warum sich die Erwachsenen die ganze Zeit so sehr über ihren älteren Bruder aufregten, war er ein Vorbild. Ein rebellischer Poet, der unmöglich geglaubte Wege aufzeigte und ihr mit allem, was er tat, zu sagen schien. Leonie litt sehr darunter, dass sie um so vieles jünger war als Jakob, denn sie hatte schon manchmal das Gefühl, dass er sie nicht ganz ernst nahm bzw. dass er sich nur so lange mit ihr abgab, wie gerade keiner seiner älteren Kumpels in Reichweite war. Aber wenn sie zusammen waren, genoss Leonie jeden Augenblick. Sie genoss es, stundenlang mit ihm Grand Theft Auto und The Last of Us zu spielen, während die Eltern zwei Zimmer weiter schliefen und fest davon ausgingen, dass ihre Tochter gerade von Barbie oder irgendeiner geklonten Boy-Group träumte. Sie genoss es, sich in seiner Nähe so wagemutig und tapfer fühlen zu können, wie ein Forscher, der mit jedem Schritt in der Tat verbotenes Neuland entdeckte, auch wenn sie von der Reizüberflutung durch die ganzen harten Spiele und Filme, die sie mit Jakob zusammen konsumierte, nachts oft unruhige, heftige Albträume bekam. »Wenn ich groß bin, will ich auch mal so werden wie du«, hatte die zwölfjährige Leonie einmal zu ihm gesagt, als sie bewundernd dabei zusah, wie er auf dem Bett sitzend an seiner Gitarre zupfte und eine traurige Melodie vor sich hersummte. Leonie war sich sicher, dass es ein Riesenhit werden würde, wenn er es eines Tages veröffentlichte und dass alle Mädchen in ihrer Schule schmachten dazu tanzen würden. Aber Jakob schaute nur mit einem zweifelnden Blick zu ihr rüber und lächelte kalt. »Du willst so werden wie ich, ja?« Mit diesen Worten legte er die Gitarre beiseite, krempelte seinen Pullover hoch und zeigte ihr demonstrativ seinen linken Unterarm, der von zahllosen Narben übersät war. Narben von Wunden, die sich Jakob mit seinem Messer einst selbst zugefügt hatte und die auch heute noch deutlich zu sehen waren. »Sieh genau hin! Damals war ich noch wenig älter als du jetzt. Du willst sein wie ich, du beobachtest mich, versuchst mich zu imitieren. Aber Verzweiflung kannst du nicht imitieren, Leo. Entweder sie ist echt oder du bist einfach nur ein armseliger Trittbrettfahrer. Du kannst auch nicht einfach Kurt Cobain verstehen, nur weil du dir eine CD von Nirvana anhörst. Also hör auf, so zu tun, als ob ich irgendwie was Besonderes wäre, wenn du nicht einmal den Grund dafür verstehst.« Jakob bemerkte wohl, dass seine Worte etwas zu grob gewählt waren, und dass seine Schwester damit überfordert war, sie richtig einzuordnen. Daher legte er ihr nach kurzem Zögern seinen Arm auf die Schulter und wischte ihr vorsichtig eine Träne aus dem Auge. »Sieh mal, Leo. Wir haben alle unseren eigenen Weg zu gehen. Und wenn dein Weg der meines sein sollte, wäre ich der Letzte, der etwas dagegen hätte. Aber ehrlich gesagt, deine Unschuld steht dir ziemlich gut. Behalte sie noch ein Weilchen, okay?« Leonie hatte lange und intensiv darüber nachgedacht, was er ihr mit diesem Ratschlag eigentlich sagen wollte. War es eine Vorahnung? Wusste er damals schon, wie hässlich das alles eines Tages enden würde? Damals jedoch blickte sie ihn nur mit großen Augen an und schwieg. Ihr Bruder überlegte kurz, ehe er zu seinem Schreibtisch ging, eine Seite aus seinem Notizblock heraus trennte und sie ihr in die Hand drückte. »Hier, lies das!«, forderte er sie auf. »Ließe es und denk darüber nach.« »Und ehe du keine brauchbare Antwort darauf weißt, brauchen wir über das ganze Thema nicht mehr zu reden. Verstanden?« Leonie nahm den Zettel entgegen und nickte. Und wie Jakob es ihr befohlen hatte, las sie ihn auch. Las ihn fast die ganze Nacht hindurch, wie eine von den Göttern empfangene heilige Schrift. Doch sie war damals einfach noch zu jung, als dass sie hätte verstehen können, was für eine Antwort Jakob eigentlich von ihr erwartete. Und da sie auch auf keinen Fall etwas Falsches sagen wollte, etwas, was in seinen Augen dumm und unreif gewesen wäre, landete der Zettel schließlich in ihrer Schublade und wurde im Laufe der Zeit von immer mehr anderen Notizen, Büchern und Fotos überlagert, bis sie ihn nahezu völlig vergessen hatte. »Das Essen schmeckt mir nicht mehr. Sie sagen, es sei lecker. Sie sagen, es enthält Vitamine. Doch eigentlich ist es nur eine pampige Masse, die von meinem Speichel durchdrängt, von meinen Zähnen zermahlen und schließlich von meinem Darm in Scheiße verwandelt wird. Es hält mich vielleicht am Leben, aber es macht mich nicht satt. Das Fernsehprogramm bedeutet mir nichts mehr. Sie sagen, es sei spannend. Sie sagen, dort laufen die neuesten Blockbuster. Doch eigentlich ist es nur eine Abfolge von grellen Bildern, begleitet von Geschrei und emotionalisierender Musik, eine elektronische Traumwelt von anderen generiert, um uns abzulenken von der Monotonie unseres eigenen Daseins. Es hält mich vielleicht am Leben, aber es macht mich nicht satt. Die Freunde von früher bedeuten mir nichts mehr. Sie sagen, Freunde seien wichtig. Sie sagen, ich dürfe mich nicht so abkapseln. Doch was hat es mit Freundschaft zu tun, immer nur dann zusammenzukommen, wenn man gerade keine anderen Verpflichtungen hat? Es ist letztlich nur eine Illusion von Verbundenheit, wo in Wahrheit jeder sich selbst der Nächste ist. Es hält mich vielleicht am Leben, aber es macht mich nicht satt. Meine berufliche Zukunft bedeutet mir nichts mehr. Sie sagen, ich soll in der Schule besser aufpassen. Sie sagen, ich möchte doch auch mal mein eigenes Geld verdienen. Aber was ist Geld? Doch letztlich nur tote Materie, mit der ich mir andere tote Materie kaufe, um noch mehr zu essen zu haben, noch mehr Fernsehkanäle empfangen zu können und noch mehr Freunde zu beeindrucken. Es hält mich vielleicht am Leben, aber es macht mich nicht satt. Nicht einmal meine Träume sind mehr von Bedeutung für mich. Sie sind nur noch ein Sprungbrett in die einzig wahre Wirklichkeit, in die Welt hinter der Welt. Die Leute sagen, real ist nur das, was man fotografieren und messen kann. Sie sagen, komm wieder runter von deinem Trip. Doch wenn man erstmal vom Nektar der Wahrheit gekostet hat, welchen Geschmack hat dann noch ein beschissener Hamburger? Wenn man erstmal hinter die Kulissen einer Welt geblickt hat, die nur aus Lug und Trug besteht, welcher Reiz geht dann noch von einer inszenierten Fernsehshow aus? Wenn man erstmal erfahren hat, wie es sich anfühlt, wenn sich zwei alte Seelen berühren, wie könnte man sich dann noch für die banalen Zusammenkünfte mit oberflächlichen Langweilern begeistern, die ihre Seele längst im Strudel der Zeit verloren haben? Und die berufliche Zukunft? Welcher Beruf kommt noch für einen in Frage, wenn man in einer einzigen Nacht so viele Abenteuer erlebt, dass man tagelang schlafen müsste, um alles zu verarbeiten? Ich glaube, ich weiß jetzt endlich, wohin ich gehöre. Ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich gehöre hinter die Kulissen. Ich gehöre hinter die Welt. Zu den Geistern und Dämonen und durchgeknallten Halbgöttern. Nur dort werde ich jemals satt werden. Aber wird es mich auch am Leben halten? Nur wenige Monate später hatte sich Jakob total verändert. Er lachte nicht mehr, aß kaum noch und sperrte sich in den Ferien manchmal tagelang in seinem Zimmer ein, anstatt wie früher mit seinen Punkfreunden um die Häuser zu ziehen und irgendwelchen Unsinn anzustellen. Er war jetzt 18 Jahre alt, Leonie gerade 13 geworden. Leonie und er sprachen kaum noch miteinander. Sie surfte in jeder freien Minute im Internet und pflegte ihre oberflächlichen Online-Bekanntschaften, die wesentlich stressfreier waren als alles, was Leonie aus der realen Welt gewohnt war. Jakob hingegen schaute keine Filme mehr. Er hatte Computer und Telefon abgestöpselt und draußen vor seinem Zimmer auf den Flur gestellt. Was er den ganzen Tag trieb, konnte Leonie nur vermuten. Er las in merkwürdigen, esoterischen Büchern, hatte überall im Zimmer Kerzen aufgestellt und wenn man ihn störte oder es auch nur wagte, mal kurz an seiner Tür zu klopfen, konnte er regelrecht ausrasten. Er wirkte chronisch übermüdet, war manchmal ohne jeden ersichtlichen Grund völlig mies gelaunt und in sich gekehrt, hin und wieder aber auch regelrecht euphorisch, als ob er irgendeine neue Droge für sich entdeckt hätte. Doch anders als ihre Eltern war sich Leonie eigentlich ziemlich sicher, dass es keine Drogen waren. Sie hatte eher den Eindruck, dass ihr einst so scharfsinniger Bruder langsam aber sicher seinen Verstand verlor. Was machst du eigentlich die ganze Zeit allein in deiner Bude, hatte sie ihn einmal gefragt. Du spielst die alten Spiele gar nicht mehr, weißt du noch? The Last of Us, Assassin's Creed, Mario Kart. Vielleicht habe ich ja ein neues Spiel gefunden, erwiderte Jakob damals, eher genervt als wirklich an einem Gespräch interessiert. Ein Spiel, das nicht für jedermann bestimmt ist. Leonie warf ihm einen skeptischen Blick zu. Du meinst, so wie die Filme, die erst ab 18 freigegeben sind? Eher wie Bücher, die demjenigen nichts nützen, der keine Fantasie besitzt. Wenn die Zeit reif ist, werde ich es dir erklären, Leo. Aber nicht jetzt. Es wäre wohl... Es wäre nicht gut für dich, dieses Spiel. Dann knallte er schroff die Tür vor der Nase zu. Als Leonie noch eine Weile davor stand und lauschte, glaubte sie, ihn leise weinen zu hören. Ihre Eltern schienen Jakobs schlimmer werdende Verfassung hingegen weitestgehend zu ignorieren. Vielleicht dachten sie sich auch einfach, besser, er schließt sich in seinem Zimmer ein, als sich draußen auf der Straße zu prügeln oder volllaufen zu lassen. Sie gingen sogar für ein paar Tage ohne ihre Kinder auf ein Wochenendseminar und sagten ihm noch zum Abschied, sei brav und pass gut auf deine kleine Schwester auf, nichts ahnend, dass es ein Abschied für immer sein würde. In der darauffolgenden Nacht drangen laute Schreie aus Jakobs Zimmer. Leonie versuchte, sie zunächst zu ignorieren, drehte ihre Musik bis zum Anschlag auf, drückte sich ihr Kissen über den Kopf und wälzte sich in ihrem Bett von einer Seite auf die andere. Doch letztlich war das Gefühl, dass daneben an etwas ganz Ungutes passierte, dem einzig sie noch Einhalt gebieten konnte, doch stärker als alle Bedenken. Und so trat sie zitternd hinaus auf den Gang, schlich vorsichtig zu Jakobs Zimmer und rammte dann, als sie von drinnen immer noch seine verzweifelten Schreie hörte, ohne weiter nachzudenken mit ihrer Schulter die Tür ein. Jakob lag splitterfasernackt und total verschwitzt auf dem Teppichboden. Er war blass und wirkte, als ob er mindestens schon seit einer Woche nicht mehr richtig geschlafen hatte. Als er seine Schwester in der aufgesplitterten Tür stehen sah, versuchte er mit einem verzerrten Gesichtsausdruck zu lächeln. Es wirkte allerdings so, als ob ihm jede Bewegung unglaubliche Schmerzen bereitete. »Was ist mit dir?«, fragte Leonie, der der Ernst der Lage durchaus bewusst war. »Hast du etwas genommen?« »Ja«, stöhnte Jakob benommen, während er sich langsam aufrichtete und sich seine nassgeschwitzten Haare nach hinten strich. »Eine Überdosis Wahrheit! Hab's mir direkt in die Seele injiziert. Ich wollte alles haben, verstehst du? Nicht nur die wenigen Krümel, die uns die Götter in ihrer Gnade zugestanden haben. Und jetzt bin ich wohl bald einer von ihnen. Ein Gott!« Leonie gefiel der Ausdruck in seinen Augen ganz und gar nicht. Das war nicht mehr der freche, rebellische Teenager, mit dem sie sich früher nächtelang Filme reingezogen oder virtuelle Schlachten geliefert hatte. Sie überlegte noch, ob sie sich nicht besser umdrehen und fortrennen sollte, doch da hatte er sie auch schon an ihren Schultern gepackt und mit ungeheurer Kraft gegen die Wand gepresst. »Du bleibst schön hier, Schwesterchen!« Er berührte ihren blassen Hals mit seinen Lippen, als wollte er hineinbeißen wie ein Vampir. Leonie drückte ihren Kopf nach hinten, soweit es ging. Sie ekelte sich vor ihm. Nicht so sehr, weil er ihr Bruder war, sondern vielmehr deshalb, weil er so überhaupt nichts mehr von dem Bruder an sich zu haben schien, den sie früher einmal so bewundert hatte. »Lass mich gehen, Jakob! Du weißt ja nicht mehr, was du tust!« sagte sie, so bestimmt es einer bedrängten 13-Jährigen in ihrer Situation eben möglich war. »Falsch!« korrigierte er sie unwirsch. »Ich bin ein Gott! Ich weiß immer, was ich tue! Du weißt nicht, was ich tue, weil du nur ein ahnungsloser Mensch bist!« Mit diesen Worten riss er ihr die Bluse vom Leib, so energisch, dass noch eine Woche danach rote Striemen an ihren Schultern zu sehen waren. Dann packte er sie und zerrte sie zu seinem Bett im hinteren Teil des Raumes. »Dein Körper ist dein Gefängnis! Deine Welt ist dein Gefängnis! Deine Moral ist dein Gefängnis! Glaub mir, ich könnte dir monatelang davon erzählen und du würdest es doch nicht verstehen, weil du noch nicht ganz unten angelangt bist! Weil du dich noch über deine Ohrringe definierst, über deine Zukunftspläne oder über deinen jungfräulichen Hintern!« Leonie ließ alles über sich ergehen, auch als Jakob ihr in den Schritt fasste und langsam damit begann, ihre Jeans herunterzustreifen. »Also, wenn ich das jetzt tue, wenn ich dir Leid zufüge, dann tue ich das nur für dich! Du wolltest doch keine Trittbrettfahrerin sein, nicht wahr? Du wolltest sein wie dein großer Bruder und dein großer Bruder wurde vom Heiligen Geist gefickt!« Er hatte sie nun auf den Bauch gelegt und sich auf sie draufgesetzt. Leonie spürte den kalten, scharfen Stahl seines Butterfly-Messers in ihrem Nacken, spürte, wie er ihr damit grob über die Haut fuhr und ihr einige kleine Schnittwunden zufügte, nicht wirklich tief, aber tief genug, um Spuren zu hinterlassen und ziemlich weh zu tun. »Er hat gesagt, ich soll noch viel mehr tun als das,« faselte Jakob wie im Wahn. »Ich soll dich brandmarken, dich schänden, weil nur ein großes Opfer den Lauf der Welt zu korrigieren vermag. Durch schöne Worte allein lässt sich dein Zustand nicht heilen. Das hat er gesagt, ja! Und dass ich dir irgendwas abschneiden soll, irgendwas, was dir sehr wichtig ist, vielleicht dein kleines Händchen oder deine Nase. Willst du, dass ich das mache, ja? Willst du das?« Leonie zappelte und wollte ihn abschütteln, aber sie konnte nichts tun. Sie bekam kaum noch Luft, röchelte, versuchte, irgendwie von der Stelle zu kommen. Doch Jakob drückte ihren Kopf unbarmherzig gegen sein Kissen. »Fühlt sich beschissen an, nicht wahr?« stöhnte er mit heißerer Stimme, während seine kalte Klinge unter ihr Höschen wanderte. »Fühlt sich an wie etwas, für das du noch lange nicht bereit bist. Meinst du nicht auch?« »Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die ganze Wahrheit!« Sie spürte seine Haut auf ihrer Haut, spürte die kalte Klinge zwischen ihren Beinen. Dann ließ er auf einmal von ihr ab, drehte sie um wie einen nassen Sack und wischte ihr mit seiner Hand den Speichel aus dem Gesicht. »Such besser nicht nach der Wahrheit, Schwesterchen! Such dir eine schöne Lüge! Sieh dich doch an! Du zitterst ja! Stehst völlig unter Schock! Ist das wegen mir, ja? Ich würde dir doch nie etwas antun! Du bist doch meine kleine Schwester! Glaub mir, ich meine es nur gut mit dir, aber du verstehst es nicht, oder? Du würdest es vermutlich nie verstehen!« Er erhob sich und fing an, seine Kleider anzuziehen. Leonie schaute ihm apathisch dabei zu, beobachtete, wie er sich T-Shirt, Jacke und Hose überzog und am Ende noch Taschenlampe und sein blutverschmiertes Messer in die Tasche steckte. Sie wollte ihn so vieles fragen, doch alles, was ihr von den Lippen kam, war ein leises, krächzendes »Warum?«, das er noch nicht einmal zu bemerken schien. Erst, als sich ihr Bruder schon die Schuhe gebunden hatte und bereits auf dem Weg zur Tür war, rappelte sich Leonie noch einmal auf, packte ihn mit all ihrer verbliebenen Kraft am Hosenbein und flüsterte mit Tränen erstickter Stimme, »Du wirst nicht mehr zurückkommen, habe ich recht?« Zunächst schien es, als wollte er rücksichtslos weiterlaufen und die an seiner Hose hängende Leonie einfach mit sich mitschleifen. Aber dann hielt Jakob doch noch einmal inne und schaute beinahe mitleidig auf sie herab. »Nicht in diese Welt. Tut mir leid. Nur eine Sekunde. Wenn ich nur eine Sekunde länger hierbleibe mit diesen Gedanken im Kopf. Ich... Ich wäre eine Gefahr für euch alle. Für dich. Ganz besonders für dich, Leo. Ich...« Es schien, als wollte er ihr noch irgendetwas Wichtiges mitteilen, überlegte es sich dann aber anders, befreite sich aus der Umklammerung seiner Schwester und stieß sie unwirsch von sich weg. Dann stürzte er Richtung Tür und rannte, ohne noch einmal zur mittlerweile hemmungslos weinenden Leonie zurückzuschauen, die Treppe hinunter. Unten hörte sie einen letzten verzweifelten Schrei. Dann fiel die Tür ins Schloss und es herrschte eine gespenstische Stille. Es war das letzte Mal, dass Leonie ihren Bruder gesehen hatte. Sie lag noch fast eine Stunde in seinem Zimmer und heulte. Doch dann, irgendwann, stand sie wie ferngesteuert auf und fing an, in seinem Zimmer aufzuräumen und alle Spuren des Vorfalls zu beseitigen, soweit es ihr irgendwie möglich war. Sie brachte das Bettzeug zur Waschmaschine und warf ihre Klamotten gleich mit dazu. Am liebsten wäre sie selber in die große, sich überschlagende Trommel gekrochen. Stattdessen stieg sie in die Dusche, übergab sich dort mehrmals, verbrachte mindestens weitere drei Stunden hilflos auf dem Boden kaurend. Dann nahm sie die Wäsche aus der Waschmaschine, hing sie zum Trocknen auf und machte sich ihre Haare zurecht, sodass niemand die Kratzer und Striemen an ihrem Hals bemerken würde. Bald darauf klingelten zwei Polizisten an der Tür, faselten etwas von einem schlimmen Unfall, fragten, ob sie die Schwester von Jakob sei und wie man die Eltern erreichen könne. Leonie beantwortete alle ihre Fragen fast schon routiniert und ohne sichtbare Gefühlsregung. Was ihr Bruder getan hatte und unter welchen Umständen ihre letzte Unterhaltung stattfand, erzählte sie allerdings niemandem. Weder den Beamten noch später ihren ohnehin schon verstörten Eltern. Niemand sollte schlecht über Jakob denken. Das war einzig eine Sache zwischen ihr und ihm. War es Körperverletzung? Eine versuchte Vergewaltigung? Oder wollte er ihr irgendeine grausame Art von Lektion erteilen? Wie immer man das auch juristisch nennen würde, wie es die Erwachsenen nennen würden, das alles war für Leonie völlig nebensächlich. Für sie war es einfach das letzte Mal, dass sie mit ihrem Bruder zusammen gewesen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es muss da sehr schön gewesen sein. Spookys Stimme schleuderte Leonie ruckartig in die Gegenwart zurück. Was? Sie marschierten noch immer gemeinsam den nächtlichen Waldweg entlang. Na dort, wo du früher gelebt hast, meine ich, erklärte der Junge an ihrer Seite auf ihren verwunderten Blick hin, wenn du so gern daran zurückdenkst. Na ja, was heißt schön? Ich komme aus Gelsenkirchen, erwiderte Leonie und fügte mit leichtem Wehmut in der Stimme hinzu. Der Ort ist gar nicht so entscheidend. Wenn ich direkt aus der Hölle gekommen wäre, würde ich wahrscheinlich die Hölle vermissen. Wie soll ich das beschreiben? Man kann sich nicht nur an Menschen gewöhnen, sondern auch an Straßen, an Häuserzeilen, an öffentliche Toiletten an jeder zweiten Straßenecke. Selbst wenn die Straßen dreckig waren und voller stinkender Autos. Es waren meine Straßen, verstehst du? Ich habe auf ihnen immer den Weg nach Hause gefunden. Spooky nickte verständnisvoll und blickte mit seinen leuchtend blauen Augen tief in die Ihren. Mir hat mal jemand gesagt, den Weg nach Hause suchen wir im Grunde unser ganzes Leben lang. Und wenn wir ihn endlich gefunden haben, dann sind die Steine, die auf diesem Weg liegen, auf einmal keine lästigen Hindernisse mehr, sondern vertraute Gesichter. Freunde, die uns willkommen heißen und die sich freuen, dass wir endlich zu ihnen zurückgekehrt sind. Leonie sah ihre nächtliche Bekanntschaft überrascht an. Sie hatte zwar keine Ahnung, wovon er da eigentlich redete, aber genau dieses Gefühl der Ahnungslosigkeit war es, dass sie auf ganz merkwürdige Weise an die zahllosen Nächte an der Seite ihres Bruders erinnerte. Daran, wie sie zusammen auf der Couch saßen und Filme schauten, die Leonie oft nicht verstand oder wie Jakob einfach nur auf seiner Gitarre spielte und ihr dazu eines seiner Gedichte vortrug. Bei dem Gedanken daran musste sie lächeln, ob sie wollte oder nicht. Mit den Augen eines kleinen Mädchens betrachtet, hatte ihr Bruder immer wie ein strahlender Ritter gewirkt, wie ein gut aussehender, geheimnisvoller Prinz aus dem Märchen. Mit ihren abgeklärten Augen von heute betrachtet, war er aber wahrscheinlich auch damals schon ein kaputter Freak gewesen. Ein Freak wie Spooky. Was ist? Fragte Spooky, dem ihr merkwürdiger Blick nicht in Gang war. Habe ich was Falsches gesagt? Ach nichts, nein, meinte Leonie. Du hast mich nur für einen kurzen Augenblick an jemanden erinnert. An meinen älteren Bruder. Und, magst du deinen Bruder? Leonie schaute ihm trotzig in die Augen. Er ist wahnsinnig geworden und hat sich umgebracht, wenn du es genau wissen willst. Ach so, erwiderte Spooky nicht wirklich geschockt. Warum dachte ich für einen kurzen Moment, du hättest es als Kompliment gemeint? Ich habe es als Kompliment gemeint, stellte Leonie klar. Irgendwie. Daraufhin beschlossen beide nahezu gleichzeitig lieber das Thema zu wechseln. Während sie die Kreuzung mit den Wegweisern überquerten, an der Leonie beim letzten Mal falsch abgebogen war, sprachen sie über das Leben in der Provinz, über Leonies neue Schulklasse und über die Kalbsbacher Dorfdisco, die Spookys Worten zufolge eher eine heruntergekommene Eckkneipe mit einer zwei Quadratmeter großen Tanzfläche war und vor der sich jeden Freitag, wenn Rockknight war, die gesamten Skinheads der Umgebung versammelten. Naja, was soll ich sagen, versuchte Spooky zu erklären. Diese Jungs mögen mich nicht besonders und ich mag sie nicht. Ich denke, es ist offensichtlich, warum. Die finden es sieht schick aus, eine Klatze zu tragen, ich nicht. Die haben was gegen Ausländer, ich fühle mich jetzt selber wie einer. Die haben was gegen Schwuchteln, ich hingegen finde, dass sich die Menschheit in den letzten Jahrhunderten ohnehin viel zu stark vermehrt hat. Das sind einfach unüberbrückbare Unterschiede. Ach, weißt du, erwiderte Leonie, man muss es auch mal aus ihrer Perspektive betrachten und sich überlegen, wo die Ursachen liegen. Wenn ich mir die Kalbsbacher Infrastruktur so anschaue, wundert es mich ehrlich gesagt nicht sonderlich, dass man irgendwann ausrastet, wenn man hier groß werden muss. Ich meine, bei uns in der Stadt gibt es eine Menge Skateranlagen, Bolzplätze, Jugendzentren und sonstige Möglichkeiten, wo sich junge Leute treffen können. Aber hier auf dem Land ist echt nichts los in der Hinsicht. Spooky zuckte gleichgültig mit den Schultern, ganz offensichtlich vermisste er nichts. Klar beschweren sich die alle regelmäßig, dass hier nichts los sei und so. Aber weißt du, wo in Wirklichkeit nichts los ist, wenn die jungen Leute in so einem Kaff nichts mit sich anzufangen wissen? Er deutete mit dem Finger mehrmals auf seine Schläfe. Da drin, Die gähnende, drustlose Lehre befindet sich nicht im Kalbsbacher Nachtleben, sondern in ihren Köpfen. Sie haben keine Fantasie und keine Inspiration. Sie machen Schüleraustausch nach Amerika und fliegen im Urlaub mit den Eltern nach Thailand, haben dank der allgegenwärtigen Medien schon nahezu jeden Ort gesehen, den man sich nur vorstellen kann. Aber von ihrer Seele kennen sie gerade mal die äußerste Schicht. Niemand hat ihnen beigebracht, tiefer zu gehen. Alles ist nur nach außen gerichtet in dieser Welt. Denkst du, wenn man hier ein paar Skaterplätze bauen würde, würde sich daran etwas ändern. Wenn ich ein paar Stunden allein in einem nebelvergangenen Wald hocken und dabei zufrieden sein kann, der wird auch mit allen Ablenkungsmöglichkeiten der Welt nicht wirklich zufriedenzustellen sein. Denn Zufriedenheit ist etwas, das einzig und allein von innen kommt. Bist du deshalb da zwischen den Bäumen gesessen? fragte Leonie, nicht ohne von den komplexen Gedankengängen des Jungen zumindest ein bisschen beeindruckt zu sein. Um zu testen, ob du auch ohne den ganzen Scheiß zufrieden sein kannst. Das brauche ich nicht zu testen, erwiderte Spooky. Das war schon immer so. Schon als Kind habe ich die Welt anders wahrgenommen als meine Altersgenossen. Dinge, die ihnen total wichtig erschienen sind, waren mir völlig egal und umgekehrt. Sie konnten sich stundenlang irgendwelche Zeichentrickserien anschauen. Ich hingegen habe stundenlang auf einen Ameisenhügel starren können und mir Gedanken darüber gemacht, wie es sich wohl anfühlen mag, so eine Ameise zu sein. Und als wir einmal mit der Schulklasse im Europapark waren und die anderen es gar nicht erwarten konnten, alle möglichen Fahrgeschäfte auszuprobieren, habe ich drei Stunden damit verbracht, einen traurig wirkenden alten Mann zu beobachten, der an diesem Ort voller ausgelassener Fröhlichkeit völlig deplatziert wirkte. Ich bin ihm hinterhergeschlichen, um herauszufinden, warum er so traurig aussah. Ich habe es nie herausbekommen, aber das ist es wohl, was ich am liebsten tue. Ich bin ein Beobachter. Ein Kinderpsychologe meinte einmal zu meinen Eltern, es wäre eine leichte Form von Autismus. Und, fragte Leonie interessiert, denkst du, er hatte Recht? Bist du so eine Art Autist? Wer weiß, antwortete Spooky und lächelte sie geheimnisvoll an. Vielleicht sind ja auch alle anderen die Autisten, die Erwachsenen. Ich meine, sie brauchen alle ihren geregelten Tagesablauf, sie konzentrieren sich auf total unwesentliche Dinge und übersehen das Offensichtliche. Und ihre Kommunikationsfähigkeiten sind, naja, ziemlich eingeschränkt, würde ich sagen. Aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich unter lauter Bauern aufgewachsen bin. Verstehe, erwiderte Leonie Grinsen, also bist du mehr so die Kategorie verkanntes Genie, habe ich Recht. Hochbegabt, in der Schule, chronisch unterfordert, kannst zehn verschiedene Sprachen sprechen und dieses komische Pi-Dings da ausrechnen und solche Sachen. Nee, nicht wirklich, meinte ihr seltsamer Begleiter kopfschülend. Ich habe ein paar Tricks drauf und sowas. Aber jetzt nichts, womit man einen Nobelpreis gewinnen könnte. In der Schule komme ich manchmal kaum hinterher. Aber ist auch egal. Wer braucht schon Menschen, die einen beibringen, wie die Welt funktioniert, wenn man über genug Fantasie und Beobachtungsgabe verfügt, um sich ein eigenes Bild davon zu machen. Und mein Bild von der Welt ist auf jeden Fall ein bisschen anders als das, was uns die Schulwissenschaften erzählen wollen. Sagen wir, ich habe mehr so ein Interesse an den okkulten Dingen, an Spiritualität und Magie. Sowas kann leicht schief gehen, habe ich gehört, entgegnete Leonie skeptisch. Bei meinem Bruder fing es auch so an. Spooky schien erst etwas dazu sagen zu wollen, verkniffe sich dann aber und trottete eine Weile nur Gedanken versunken neben ihr her. Als ob er irgendwo im Nebel nach den richtigen Worten suchte, um nicht falsch verstanden zu werden. Alle dachten bei Magie immer gleich an Harry Potter oder irgendwelche durchgeknallten Showstars, die mit ihren Raben sprechen. Und bei Spiritualität dachten sie an Räucherstäbchen und Hare Krishna. Magie, sagte er schließlich leise und deutete auf eine Stelle im Wald, an der der Nebel so dicht war, dass man nicht sagen konnte, ob sich dahinter nun eine Wiese, eine Straße oder nur noch mehr Bäume befanden. »Hexerei, Spiritualität, Esoterik?« »Nenn es wie du willst. Es ist letztlich nichts anderes als das Wissen von den Dingen hinter dem Nebel.« Leonie starrte rätselnd auf die graue, wabernde Masse. Sie konnte beim besten Willen nicht erkennen, was die schlechten Sichtverhältnisse nun mit Magie zu tun haben sollten. »Wenn ich dir jetzt sage,« fuhr Spooky andächtig fort, »dass sich genau hinter diesem Nebel das Ortsschild von Kalbsbach befindet, muss ich nicht bessere Augen haben als du oder einen Röntgenblick wie Superman. Ich muss einfach nur schon mal hier gewesen sein und mir den Weg gemerkt haben. Es ist jetzt exakt 23 Uhr, 45. Wenn du dich beeilst, wirst du noch vor Mitternacht zu Hause sein und dein Versprechen an deinen Vater einhalten können. Schau da drüben.« Fast im selben Augenblick glaubte Leonie, über dem Nebel das gedämmte Licht einer Straßenlaterne und den Giebel eines Hauses wahrzunehmen. Dann schlug in der Ferne die Uhr eines Kirchturms. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und auf einmal lief ein kalter Schauer über Leonies Rücken. »Ich hab dir nie gesagt, wann ich zu Hause sein muss,« flüsterte sie. »Woher weißt du das?« Sie wollte ihn zur Rede stellen, weil sie sich nun doch ein wenig verarscht vorkam, drehte sich mit einer Mischung aus Überraschung und Wut zu ihm um. Doch da war nichts. Nur die Bäume, der graue Nebel und ihr ins Leere gehender Blick. Spooky jedoch blieb verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. »Magie, ja klar!« rief Leonie in die menschenleere Dunkelheit. »Oder nicht doch nur ein billiger Taschenspielertrick? Ist das deine Art, Mädels rumzukriegen oder was?« Keine Reaktion. »Bei mir funktioniert das nicht, Spooky!« Wieder keine Reaktion. Nur der Nebel, ein schwacher Windhauch und die Stille der Nacht. »Ach, spiel deine dämlichen Spiele doch alleine weiter!« murrte sie noch, deutlich leiser als zuvor. Dann machte sich Leonie schulterzuckend auf den Weg in Richtung des schwachen Lichtstrahls. Vermutlich hatte Leonies Vater das mit dem Nachhausekommen irgendeinem Nachbarn erzählt, der mit halb Kalbsbach verwandt ist und es dann an Spooky weitererzählt hat. Oder Leonie hatte doch irgendjemandem davon erzählt und es wieder vergessen und Spooky hat das Ganze irgendwo aufgeschnappt und sich jetzt einen Spaß daraus gemacht, sie ein wenig auf den Arm zu nehmen. So oder so, Leonie war sich sicher, dass es eine logische Erklärung dafür geben musste und genau genommen hatte Spooky ihr gegenüber ja auch gar nichts anderes behauptet. Man musste einfach nur mehr wissen, als andere wussten. Das war das ganze Geheimnis seiner Magie. Dennoch, auch wenn es sich Leonie niemals eingestanden hätte und erst recht nicht gegenüber Spooky. Als sie pünktlich mit dem Null-Uhr-Schlag der Kirchenglocke den Schlüssel in die Haustür ihres Elternhauses schob, war sie doch irgendwie erleichtert darüber, dass es in dieser Gegend zumindest einen Menschen gab, hinter dessen Fassade mehr zu stecken schien als das, was schon auf den ersten Blick offensichtlich war. So meine Lieben, das waren die ersten beiden Kapitel von meinem neuen Roman Traumwandler bzw. Unity 5. Falls ihr bis hierher noch nicht eingeschlafen seid und wissen möchtet, wie die Story weitergeht, könnt ihr euch das komplette Werk im E-Book-Format oder als PDF runterladen, natürlich wie immer völlig kostenlos und unverbindlich. Im Übrigen sind inzwischen auch alle meine alten Bücher E-Book-tauglich umgerüstet worden, die ihr ebenfalls zusammen mit weiteren Infos auf meiner Homepage finden könnt. Schaut einfach mal vorbei auf www.dianthesaint.de Macht's gut und viel Spaß beim Schmölkern, euer Dian. auf www.dianthesaint.de Untertitelung des ZDF, 2020